Hallo und herzlich willkommen hier aus Rudow aus meinem Homeoffice. Ja, spezielle Zeiten, die entsprechende Maßnahmen erfordern. Wie gesagt, ich arbeite hier aus dem Homeoffice, um entsprechend meine Mitmenschen da auch zu schützen und so wenig Kontakt zu anderen Personen zu haben. Der Immobilienverkauf muss trotzdem weitergehen. Es gibt Menschen, die müssen sich verändern, die müssen ihre Immobilie verkaufen, um entsprechend wieder an Kapital zu kommen. Andere Menschen, die entsprechend auch Wohnungen oder Häuser suchen zum Anmieten. Insofern sind wir da auch ein wichtiger Partner, um das Ganze entsprechend da auch abzuschließen. Wir haben uns entsprechend darauf eingestellt. Ich arbeite auch schon seit langem mit entsprechend 360-Grad-Rundgängen, um vorab die Kunden einfach so weit wie möglich zu qualifizieren. Videocalls sind kein Problem. Auch das klassische E-Mail-Telefon, brauche ich gar nichts von zu sprechen, ist jetzt auch wieder noch mehr im Einsatz als der persönliche Kontakt. Insofern versuche ich, die Kunden einfach so weit wie möglich vorzuqualifizieren. Ich zeige gerne mal ein Beispiel, wie das Ganze auch mit 360-Grad-Rundgängen hier funktioniert. Insofern wird ein schöner Grundriss erstellt. Dann kann man in dem Grundriss entsprechend auch entsprechende Punkte angeben, bewegt sich dann virtuell in dem entsprechenden Objekt, um da einfach schon einen guten Eindruck von der Immobilie vorab zu bekommen. Insofern qualifiziere ich so weit wie möglich vor, dass einfach wenig Besichtigungen notwendig sind. Die Besichtigungen werden weiterhin durchgeführt. Das sind entsprechend Einzelbesichtigungen, die ich dort mache mit entsprechenden Abständen. Die Hygienevorschriften werden entsprechend eingehalten und besonders betont. Und insofern versuche ich, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass A, das Coronavirus so wenig wie möglich Verbreitung findet, B, aber trotzdem in irgendeiner Form die Geschäfte stattfinden, die stattfinden müssen. Mit dem Notar habe ich auch gesprochen. Notartermine finden natürlich weiterhin statt. Das ist gar keine Frage. Aber auch mit entsprechenden Abständen, auch nur in einzelnen Tagen, wo entsprechend das Notariatspersonal nicht vor Ort ist, sondern nur der Notar der entsprechenden Abständen sitzt. Ich werde ausnahmsweise zu diesen Terminen nicht begleiten, weil es nicht unbedingt erforderlich ist, um entsprechende Risiken dort nicht eingehen zu müssen. Insofern, die ganze Infrastruktur steht weiterhin. Wir sind darauf vorbereitet. Ich freue mich drauf, wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben und Sie mir treu bleiben. Herzliche Grüße hier aus Rudow, Ihr Daniel Wissen. Ich freue mich drauf, wenn wir 들어�īm can. Vielen Dank.